So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eigentlich habe ich für heute ein ganz anderes Video geplant gehabt, das wird jetzt verschoben auf Sonntag. Weil morgen am Samstag sind ja Krypto-Hoo-Rates, da möchte ich bitte morgen direkt ein Krypto-Hoo-Rate machen und dann hochladen für den Samstag. Und heute am Freitag gibt es halt dann das News-Video, weil gestern Abend wurde schon wieder ein neues Event angekündigt. Ihr wisst, heute um 10 Uhr, oh jetzt ist es 10.05 Uhr, heute um 10 Uhr geht eigentlich hier dieses Krypto-Event los, wo es wieder verschiedene Krypto-Pokémon gibt. Da wechselt alles hin und her, neue Krypto-Rates, neue Krypto-Pokémon bei den Rocket-Bossen, Krypto-Kyogre bei Giovanni, alles hin und her. Das ist richtig brutal, ihr könnt Frustration verlernen. Und während wir das spielen, kann man schon wieder auf die Woche danach gucken, denn da findet das mondneuer Event statt. Mit auch wieder neuen Pokémon, neuen Shinies und was es da alles gibt, das wollen wir jetzt kurz vorlesen. Ich habe auch nicht verpasst, dass es so einen Zusatz-Sino-Event gibt, aber das ist ja erst in drei Wochen oder so. Da mache ich dann auch nochmal ein Video dazu, wer das nicht mitbekommen hat, weil es überlappt sich schon wieder alles. Feiert das Mondneujahr24 mit dem Mondneujahr-Event in Pokémon GO. Hier haben wir einen komischen Drachen, der aussieht wie als, da hängt alles runter, sieht aus wie ein Dackel, aber wie ein Drache, wie ein Dackeldrache mit Wolken und Marshmallows. Dünn, grünliche Farbe, sieht total komisch aus. Auf dem Ladebildschirm von der App momentan ist das Ding ja auch drauf. Da hat es aber ganz andere Farben gehabt, oder? Jetzt ist das hier so grün, sieht irgendwie seltsam aus. Das, so wie das aussieht, stelle ich mir vor, würde ein Shiny aussehen, aber nicht das Original. Hm, Mondneujahr, entfesselte Drachen, von Montag den 5. Februar. Das heißt, wir müssten ja eigentlich auch bald die Übersicht für den Februar kriegen, es ist ja schon der 26. Von Montag den 5. Februar, 10 Uhr, bis Sonntag den 11. Februar, 20 Uhr. Das Gelassenheit-Pokémon Zenlong erscheint zum ersten Mal im Pokémon GO. Hier, mit etwas Glück auch, Shiny. Hm, neues Pokémon, direkt Shiny, aha. Ist, kann ich aber gleich dazu sagen, so wie es mit Shadrago war und mit Totonator, dass der nicht wild erscheinen wird. Ihr raiden müsst, oder halt vielleicht auch über Quests an das Ding rankommen. Was noch dazu kommt, mir fehlt noch die Drachen-Medaille auf Platin. Das ist die allerletzte Typ-Medaille, die ich brauche, die Platin werden muss. Da kommt ein Event mit Drachen, das ist also perfekt dazu, die Platin zu platinieren. Mir fehlen, glaube ich, 100 Drachen oder so momentan, die ich dann damit machen kann. Was ist für euch jetzt als Boni in dem Event drin? Es besteht eine erhöhte Chance, Glücks-Pokémon durch Tauschen zu erhalten. Für den Lucky Dex ist das natürlich richtig genial. Beim Habanero-Account sammle ich aber keinen Lucky Dex mehr, mache da nichts mehr mit. Das heißt, da werde ich trotzdem nicht jetzt vermehrt tauschen. Was ich habe, habe ich. Was ich nicht habe, habe ich nicht. Fertig. Es besteht eine erhöhte Chance, Glücksfreunde zu werden. Das ist wiederum cool, da ich ja trotzdem meine Geschenke jeden Tag mache. Und wenn da mal ein Glücksfreund dabei ist, da gucke ich trotzdem, ob jetzt irgendwas, was ich ganz cool finde, ich als starkes Pokémon haben möchte. Früher habe ich nur 100%ige gepusht. Jetzt sammle ich keine Hunderter mehr. Jetzt nehme ich einfach das, was kommt. Und wenn das gut ist, warum nicht? Dann pusht man auch mal eins, wenn es 15 Angriff hat und nur ein 93er ist oder so. Also da würde ich die Glückstraits trotzdem irgendwie nutzen für irgendwas Sinnvolles. Es gibt zusätzliche Bonbons, wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt. Also je besser ihr fangt, desto mehr Bonbons gibt es. Und ab Level 31 auch wieder eine erhöhte Chance, XL-Bonbons zu erhalten, wenn man gut, großartig oder fabelhaft wirft. Also werft gut, werdet sehr glücklich und tauscht viel, dann habt ihr da voll Produkte im Event drin. Wilde Pokémon. Es gibt natürlich trotzdem wilde Pokémon wie Kabadort, Dratini, Potrot, Fynx, Algit, FM mit etwas Glück, auch Miniras. Miniras, aber nicht als Shiny. Alle anderen als Shiny. Kabadort, der beste Drachen der Welt. Garados bekommt ja dann den Drachentypen mit dazu. Beziehungsweise, nee, Garados müsste dann trotzdem nur Wasser und Flug sein. Und erst Mega-Garados hat ja dann einen Drachentyp. Aber wer noch Bonbons braucht für ein gutes Garados zum Hochziehen und Mega-Garados rauszubasteln, nutzt die Chance auf Kabadort. Und bei Kabadort fehlt mir auch jetzt wieder die Medaille natürlich. Für riesige Kabadort kann man vielleicht auch was pushen. Ansonsten wäre für mich am interessantesten Dratini. Dratini-Bonbons sammeln. Krypto-Dragorans, Randzüchten, Sechser-Team. Egal wie die IVs sind, Sechs-Dragoran, Krypto-Level 50 ist mein Ziel auf lange Sicht gesehen. Potrot, Fynx, Algit, FM. Wer FM noch nicht entwickelt hat, sie, der hier verpasst hat, können da hier Bonbons sammeln. Algit ist in der GPL ja wieder interessant. Der Rest ist für mich jetzt uninteressant. Gehen wir weiter. Die Raid-Kämpfe haben wir hier auch. Raids Stufe 1, Dratini, Capuno, Viscora. Sind auch nochmal drei Drachen drin. Vielleicht, je nachdem was in den Raids normalerweise ist, dann im Februar, weil das wissen wir ja jetzt ja noch gar nicht so, könnte ich da auch wieder meine Drachen-Medaille pushen. Und ich könnte vor allem meine Raid-Medaille pushen mit verschiedenen Raid-Pokémon. Ich glaube, ich habe noch nie Capuno und Rattini im Raid gemacht. Viscora habe ich, glaube ich, auch noch nicht im Raid gemacht. Können also Drachen und Raids gleichzeitig pushen. Raids der Stufe 3, Shadrago, Tordonador, Senlong. Tordonador habe ich schon mal gemacht. Senlong, hier in den Raids. Da werde ich definitiv einen Senlong-Raid machen. Dann gezielt für den Pokédex-Eintrag. Wenn er sich shiny ist, egal. Einen einzelnen Senlong werde ich machen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das Ding irgendwie nützlich ist oder was taugt. Tordonador, Shadrago. Das ist gefühlt dieselbe Kategorie. Das sind ja auch nur so Pokédex-Füller, sage ich mal. Da werde ich aber auf jeden Fall was für die Medaille machen. Pokémon bei Feldforschung. Hier habt ihr jetzt eine riesengroße, fette, krasse Auswahl. Tratini, Knacklion, Wablu, Kaumalat, Flampion, Shadrago, Capuno, Alget, Balgoras, Viscora, Senlong, Tordonator. Tratini, beste, Knacklion, PvP, Wablu, Mega-Entwicklung, Kaumalat, beste, Flampion, beste, Shadrago, Mega-cool, Capuno, beste, Alget, PvP, Balgoras, beste, Viscora. Genial. Shiny vor allem, sieht richtig toll aus. Senlong, sowieso neu. Shiny-Jagd, Tordonator, Mega-cool. Also ich finde, in den Feldforschungen gibt es so viele interessante, nützliche oder starke Pokémon, dass sich das lohnt, da viele Pokémon-Begegnungen aus den Feldforschungen zu ziehen. Kostenpflichtige, befristete Forschung. Es wird wieder ein Ticket geben für 2 US-Dollar. Da gibt es eine Forschung, da kriegt ihr am Ende Sternenstaub, EP, 2 Glücks-Eier und halt Event-Pokémon-Begegnungen. Muss ich sagen, klingt für mich erstmal langweilig. Das wäre wieder so ein Ticket, das würde ich mir selber gar nicht kaufen. Wenn es jemand kauft, versuche ich die Forschung dann wieder für ein Video abzuschließen. Aber wir hatten schon andere Tickets dabei, die haben 2 Dollar gekostet und da waren auch 2 Rate-Pässe drin. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. 2 Glücks-Eier für 2 Dollar brauche ich absolut nicht. Ich kriege ja eh jeden C-Day sozusagen ein Glücksei, was ich für den C-Day dann wieder nutzen kann. Das geht fortlaufend so, bis halt irgendeiner kein Ticket für den C-Day mehr kauft. Aber ich glaube, Leute würden eher ein C-Day-Ticket kaufen für 1 Dollar, als für 2 Dollar so ein Schrott-Ticket. Also, wenn ihr euch das kauft, schreibt es mal in die Kommentare, weil ihr euch eh alles kauft. Ich würde erstmal sagen, braucht man nicht, können wir weglasen, ist Quatsch. Globale Herausforderung. Es wird eine globale Herausforderung geben, das kennt man sonst von anderen Events. Wo man, um was geht's? Eine, kann ich die Zahl nicht lesen, es kommt nach Millionen, Billionen, eine Billion, gute Würfe zu landen. Bis zum Ende des Events gibt es dann Boni für alle. Also ihr müsst gute Würfe machen und alle, die gute Würfe machen, zählen insgesamt in diese globale Challenge rein. Natürlich seht ihr auch ein festliches Feuerwerk, das seht ihr aber auch nur dann, wenn ihr das Ziel erreicht habt. Die Belohnungen sind exklusive Attacken für bestimmte Pokémon. Jetzt sind aber die Attacken nicht aufgelistet und die Pokémon nicht aufgelistet. Dann gibt es aus der globalen Challenge auch wilde Encounters, die dann zur Wildnis wohl dazu addiert werden. Denn wir haben ja in der Wildnis jetzt nur die Paar. Das sind relativ wenig, wenn man guckt in den Feldforschungen, da sind ja viel mehr. Man könnte also denken, vielleicht kommen dann auch noch Capuno in die Wildnis mit rein. Vielleicht kommen kaum Alad noch in die Wildnis mit rein. Vielleicht gibt es noch andere Sachen, die in die Wildnis mit reinkommen. Das heißt, wir schließen das alle ab gemeinsam. Das kriegen wir bestimmt hin. Bisher haben wir, glaube ich, immer alles hingekriegt. Und dann gibt es nochmal so viele verschiedene wilde Encounter, die in die Wildnis addiert werden. Eins ist kein Shiny, alles andere kann Shiny sein. Könnte sein, dass das was Neues ist noch? Man weiß es nicht. Raids Stufe 1 und 3 kommt auch jeweils noch ein Pokémon. Dann in der globalen Challenge als Reward hinzu. Das heißt, es gibt noch einen 1er Raid mehr und noch einen 3er Raid mehr. Der 3er Raid kann dann aber auch Shiny sein. So, ansonsten muss ich sagen, es ist noch nicht alles bekannt. Es wirkt jetzt aber schon wie ein richtig cooles Event. Ich freue mich. Drachenmedaille, verschiedene Raids, neues Pokémon. Kann Shiny sein. Es gibt einiges zu tun. Es gibt mega interessante Pokémon in den Feldforschungen, wo meiner Meinung nach auch zum Teil dann die auch noch in die Wildnis mit reingesetzt werden, sobald wir die globale Challenge erreicht haben. Also, habt ihr Bock auf das Event? Schreibt es in die Kommentare. Kauft ihr euch das Ticket? Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns morgen vielleicht beim Krypto-Ho-O-Raid wieder. Wenn ihr da mithelfen wollt oder Bock habt, behaltet die Raid-Gruppe im Auge. Da werde ich morgen ein Krypto-Ho-O posten. Und wer da vor Ort mit sein möchte, der macht dann mit und dann Peace out for out. Euer Ramses.